Muss ich ja nicht. Jawohl, okay, das passt schon mal. Weiter in die Richtung, alles klar. Und ja, wahrscheinlich hätte man auch durchs Wasser reiten können, aber ich wollte es nicht riskieren. Reiten wir lieber mal ein bisschen hier durch die Berge. Das ist noch viel schöner. Gehen wir denn hier schon lang? Ja, klar, eine zu früh. Ne, doch, richtig. Da ist die Brücke. Da ist er. Direkt vor der Nase und ich muss auf die Map kommen. Na, super. Oh, da unten war er ja, der Vorrück. Oh, das ist jetzt eine Verantwortung vom Sheriff Tephory. Quack selber. Oh, das ist jetzt eine Verantwortung vom Sheriff Tephory. Quack selber. So, einparken. So, und einmal mit. Ja, wo wir schon hinhaben, Junge? Genau. Oh, da hinten ich ja. Ich dachte, ich habe gesagt, dass du dich aufhörst, Partner. Aber ich habe gesagt. Aber nichts. Aufhörst du dich. Und, äh, gute Glück. Es hat echt Spaß gemacht. So, haben wir das auch schon mal erledigt? 50 Dollar sind 50 Dollar. Ja, wunderbar. Ach, kommt schon. Falsche Taste. Da werde ich mich nicht angewöhnen. Jetzt habe ich mein Pferdchen, aber irgendwo. Ja. Da steht es rum. Ein temporäres Pferd. Oh, jetzt könnte man verhökern gehen, ne? Mhm. Okay. Okay. Hotelzimmer stehen wir ja nicht verkehrt. Okay. Wir werden mal wieder hier übernachten. In unserem Lieblingshotel. Tag. Malzeit. 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 ب So, ist mal in Früh. Okay, thank you for your luck, it was with me. Die machen dann, Rathau. Hoppala. Hoppala. Ich bin über dich drüber gestolpert, Mann-Mädel. Kann passieren. Ist die kleinlich. Ich glaube, im Stall kann man doch... Ähm, das ist ein Pferdhofen, oder? Wir versuchen das mal. Ich bin über dich drüber gestolpert, Mann-Mädel. Äh, hast du nicht Okay Hab nix gesagt Dann mal gucken, ob wir dich verkloppt kriegen Ja, ich gebe dir einen fairen Preis Ich muss dir ein bisschen weniger wegen der verblendung, okay? Mhm Okay 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 Okay. Mhm. Can you walk yourself a nix? Ja. Ja. Zurückwäumen, so. Aufrüsten. Das ist zugehör. Zettelplaschen. Ja, komm. Komm. Gönnen wir uns ne verbesserte Satteltasche. Komm. Gönnen wir uns ne verbesserte Satteltasche. So. Aber, was ist denn damit? So. Okay. Nennen wir noch? Möchtet ihr mich verraschen? Ah, geht doch. Okay. Steigbügel. Oh, ja. Das ist eine smarte Wahl für den Sattel. Hm? Geschwindigkeit beschleunigen? Okay. Okay. Zettel. Was haben wir denn da? Ah, der ist doch schick. Nee. Hm. Auch nicht so. Ja, was soll ich kosten? Oh, verbesserte Version? Standard Version? Nee, aktuell nicht. Danke. Später. Okay, sieben nicht viel. Alles soll nur sein, so. Schlafdecke. Schlafdecke kann man aber nicht machen. Lein-Schlafdecke. Gefütterte. Schöne blaue Lein-Schlafdecke. Okay. Denim aus Spawn verötet. Okay, das sind die Farbsarten. Okay, das sind die Farbsarten. You know, there is nothing worse than a drunk rider coming in here. The things they do with their horses. Yeah, okay. So. Das ist doch schon ein bisschen was wert. Info. Auffristen. Hey, wie geht's das jetzt? Bin ich jetzt damit raus? Ja, wunderbar. Und es fühlt sich glücklich. Einmal das Pferdchen sauber, dann ist das Pferdchen glücklich. So. Wohin? Das ist unser Camp. Wird zwar irgendwie nichts angezeigt, aber... Passt schon. Dann... 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 Dann nach Mika. Dann gucken wir mal da ist. Dann sind auch wieder ein paar Mieter... Meter bis da. Dann... dann... Findest, doeah. Findest Mädchen ist sie? Du musst mich hier helfen, Herr Kahn. Bitte? Bitte? Ich bin jetzt auf der Runde für Tage. Wenn du mich mit diesen Schacklen helfen könntest, dann könnte ich einfach eine Chance haben. Wie warst du so? Just shoot the damn chains already! Komm! Just shoot the chains off, bitte! Ich bin jetzt fertig! Oh! Oh, oh, ja! Ja! Perfect! Ah, danke! Ich habe keine Geld zu geben, aber ich glaube, dass ich etwas besser habe. Einige von diesen Schacklern haben über diese alte Krone kamen am Norden von Strawberry und hat sich eine kleine Summe ausgelockt. Vielleicht nur Storys, aber sie waren sicher sehr begeistert. Oh, ja! Warum würde ich mich interessiert in das, hm? Hm, nein, nur ein Hunch. Es geht zu dir, Freund. Tschüss, mein Freund. Okay, Frau. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Das ist mir bei euch. Ja. Ja, ist noch ein Stückchen, ne? Neid. Schick die Brücke. Na, ich muss die Schlossau. Und weiter geht's. Zum Rambi könnten wir auch noch mal jagen gehen Was haben wir denn hier wieder? Ich habe schon gesehen, die Leute kreieren. Ähm... Keine Zeit für dich! Hey! Kann ich helfen? Ja, einfach mal schauen. Wir sind mit der Appleseed Timber Company. Head Foreman. Wir haben noch immer angefangen auf dieser Seite, aber wir sollten noch ein paar, Finde, Big Valley Lumber for sale. Very soon, if you're interested. Ich habe das in mind. Wir sollten weiter along by now, aber was können wir? Ja, komm. Ich muss die Käsegrenze haben. Hm. Realen Zutaten. Realen Zutaten. Was? Nein. Komm, eins. Samen. Samen. Böppel, böppel. Okay. Okay. Kann man noch was essen da. Verkippen. Wieder auch nicht haben. Das Flächchen Brandy. Das Flächchen Brandy. So. Der habe ich auch nicht. Mhm. Okay. Also hier soll ich Gold verkaufen. Äh... Gold verkaufen. Vorräte verkaufen. Entdeckte Östinett wenigstens. Ja. Ähm. Hey there. Good morning. So. Also nichts besonderes hier. Also ein Holzfällerlager. Jetzt kommen wir hier weiter. Ja. Ja. Hilfe. 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 Ich brauche Hilfe. Bitte, Herr, bitte, stopp' alle. Ich bedanke mich. Ja, was geht's? Ich bin in schlechtes Zutaten. Ich habe ein kleines Schalt. Und habe mich nicht geholfen. Ich bin in Strawberry. Ich bin in Strawberry. Hier. Wenn du mich zurückkommst. Ich habe ein gutes Zutaten. Ich habe ein gutes Zutaten. Ja. Komm schon. Ja. Komm. Ja, komm. 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 Oh. Wenn ich jetzt nicht mit dem Fluss wäre. Wie lange ist er, wenn er zu Fuß läuft? Ah okay. Das ist auch da wo ich ihn wollte alles klar. Hör auf! Es ist ja so, dass ich in der Pfülle gemacht habe! Hast du es Spaß gemacht? Es ist eine Stadt von Splinter. Wenn du es so ein Stadtteil ausmacht, ich hätte es auf die Karte ausgemacht und ich hätte sie in den ganzen Ort genommen. Ich denke, dass ich ein paar es so klasse. Es ist ein Schmerz. Schmerz, schmerz, schmerz. Du zeigst mir ein Timberframschack und ich zeig dir Broadway. Und dann hast du diesen Mayor, ein sehr intolererter Blöhard, ein bisschen bespoke woodwerk und er denkt das ist ein Kulturell Hub. Der Mann ist völlig verletzend. Ich sollte ihm ein Krediter sein. Er muss ziemlich der Geschäftsführer sein. Er hat mich hier rausgebracht, mehr fool ich mich. Jetzt bin ich tromping durch die Leves in den Muck mit einem Cowboy. No offense. Little taken. Ich bin nicht in der Lage einfach mal der Straße zu folgen. Grundhaft ist noch nicht mehr sich drauf zu setzen. Und zwar. Komm an friend, ein Schritt schneller geht schon. Ich bin nicht mehr auf der Straße. Claire, ich muss auf die Straße gehen. Oh, sind wir nahe der Stadt? Dipp, dip, dip. Na, jetzt hab ich den vorgeholt zurückgebracht. Fleisch, Frust... Kleine Stelle zum Backen. Die Hände nicht funktionieren. Die Hände nicht funktionieren. Nein, du hast es gesagt.